pausieren okay dahinten steht ein Spasti den geb ich direkt mal so weiter so weiter so der ist hoffentlich dran? Nein. Warum auch immer. Schalldämpfer auf. Bestätigt. Sie haben ihn getötet! Wer ist sie? Feuerschutz! Gedeckung! All in one! Sauberer Abschuss. Haha, lächerlich. Im Eilschritt. Bestätigt! Okay, soll ich alle da reinlaufen? In Position! Ha, Opfer. Ach nö, nö, nicht die Stelle. Nein, ich hasse diese Stelle, nein! Weißt du wie... Wisst ihr wie scheiße diese Stelle einfach nur ist? Bewegung. Verstanden. Ach, und übrigens, wir haben keine Zeitbegrenzung. Heißt, wir können nicht so lange wie wir wollen. Solche Arschlöcher, ganz ehrlich. Ich hasse es für die Pest. Los! Bestätigt! Boah, ich würde den Telefon am liebsten direkt wegschließen, Alter. Da müsste man... Los, los, los! Schon dabei! Jetzt passt mal auf. Da... Oh, da... Keilung! In Eilschritt! In Position! Oh! 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 Da oben! Da ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er später richtig schwierig. Lade nach! Oh, ich hasse die Stelle. Ah, ein Auge! Nein, noch ein Scherz. Los, los, los! Mal nach da oben. Mit Vergnügen! Warum dürfte jetzt erstmal nichts machen? In Position. Im Eilschritt. Verstanden. In Position. Los! In Position. Es fehlen so größte Leute, die noch kommen müssen. Kontakt, Tango! Das meinte ich aber, es fehlen noch größte Leute, die kommen müssen. Regne, ausgeschaltet! Greif an! Das ist da nicht die Decke, jawoll! BAM! Lade nach! Lade nach! Los, los, los! Ich würde auch nicht mehr, das ist schon scheiße. Magazinwechsel! Schalt die an! Mach alles im Blick! Los! In Position! Im Eilschritt! So! Zurückziehen! Kontakt verloren! Los! 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 Lade nach! In Position! In Position! Gießt angenehm. Geh! Geh! Gegner, elettieren! Los, los! In Bewegung! Wurde auch Zeit! Feiliger! Kontakt! Bangos! Wann, wann! Fehlen noch so welche. Brauchen Sie weiter. Das war ein schlechter Moment, wo geschrieben wurde. Ich kann jetzt gerade schlecht pausieren. Ah! Ihr seid jetzt tot. Hoffen wir mal schnell knapp. So. Jetzt scheint erstmal clear zu sein. Erstmal. Beheilung! Positiv! Tango! In Position! Bedrohung ausgeschaltet! Bewegung! Jawohl! In Position! Schicke Waffe, die hier oben steht. Hm. War ja klar. Einfach wird's ja nie gemacht. Ah, das wird noch zu schwieriger. Das wird noch wesentlich schwieriger. Jetzt wird's erst richtig schwierig. Weil jetzt kommen die noch... Im Eilschrift! Komm schon! Für jeden Stock, da kommen immer neue Gegner. Und das ist dann ein Ultra-Assi. Weil du kommst die scheiß Türen da oben. Wieso? Ja, kann ich ja noch nicht. Was? Gute! Räger! 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 Jumus, gehaften! Ah! Oh, ne nein! Oh, ne nein! Sorry, ich kann auch nicht verbessern, wenn wir regeln. Kass bleibt! Hört sie ab! Räger! Räger! Doch, er ist tot. Flick ihn zusammen. Helf ihm schneller. Schon alles mögliche ungeräumt, was nur geht. Du kannst gehen! Danke! Hab den Misschall! Leider! Lange Zielwechsel! In Position! Oh Mann! Asozial! Ah, das sind viel zu viele Gegner, ey. Das meinte ich damit. Es wird sich leichter jetzt. Los, los, los! Setze mich in Bewegung! In Position! Bewegung! Komm schon! Es wird nur noch schwieriger und schwieriger und schwieriger. In Position! Fehlen so ein paar Gegner. Immer diese leeren Räume in die Gegner rauskommen. Ich versteh nicht, wie die da rein... Warum die da reingegangen sind, weil nichts drin ist. Meinst du, die verstecken sich extra da? In Position! Los! Roger! In Position! Im Eilschritt! Hoa! In Position! Wo jetzt lang? Da hinten sind Doppeltüren. Das sind aber noch rot gekennzeichnet. Da ist so viel wie verschlossen. Aber wo dann hin? Da hinten hin. Ah. Aufs Eindringen vorbereiten. Aufstellung! Ich mein, damit sind wir schon im nächsten Bereich wieder. Das... Dann beende ich auch die Aufnahme erstmal. Ja, Freundschaft gespeichert. In Position! Dann sieht man sich halt, ne? Tschö!